Liebe Studierende, Willkommen zur zehnten Videoübung des Semesters zum Thema Röntgenröhre. In der Vorlesung haben wir das Bursche Atommodell diskutiert, das das Energiespektrum der Materie erklärt. Das Energiespektrum eines Atoms besteht allgemein aus einer Reihenfolge von diskreten Energieniveaus. Übergänge sind nur zwischen solchen diskreten Niveaus möglich und erlaubt, sodass die Energiedifferenz des absorbierten respektive des emittierten Photons quantisiert ist. Das heisst, wir ordnen die jeweiligen Energiezustände des Atoms hierarchisch nach diesem Energieschema. Für die numerische Auswertungen der Aufgabe verfolgen Sie bitte die Musterlösung. Man betrachtet hier das Emissionsspektrum von Kupfer, wo zwei scharfe Emissionslinien mit angegebenen Wellenlänge identifiziert sind. Bei der Frage A möchte man wissen, aus welchen Übergängen die angegebenen Emissionslinien entstehen. Aus den Informationen der Aufgabe können wir zuerst die Energie der Photonen des Kupferspektrums berechnen. Die Energie eines Photons ist gegeben nach Einstein durch Planche-Konstante mal die dazugehörende Frequenz und dies lässt sich auch so umschreiben als Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt dann durch die dazugehörende Wellenlänge, in diesem Fall Lambda 1. Etwas ähnliches können wir jetzt schreiben für die Energie des Photons verknüpft mit der Emissionslinie mit Wellenlänge Lambda 2. Nämlich die Energie des dazugehörenden Photons ist Planche-Konstante mal Frequenz µ2, das ist gleich eben Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge Lambda 2. Wir können auch schon gleichzeitig die Energie des Photons berechnen, verknüpft mit dieser minimale Wellenlänge, wo eigentlich das Emissionspektrum startet. Eine minimale Wellenlänge wegen der inversen Proportionalität entspricht einer maximalen Frequenz, das heißt Planche-Konstante mal die maximale Frequenz muss gleich sein, Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch diese angegebene minimale Wellenlänge. Nach der empirischen Verstellung sowie nach den Aussagen des Burschen-Modells ist die Energie des Photons vom Emissions- respektive vom Absorptionsspektrum der Materien gleich folgender Formel. Also die Energie des Photons, sei es des emittierten Photons oder des absorbierten Photons, ist gleich Planche-Konstante mal Zf², ich komme noch später dazu, mal die berühmte Ritschberg-Konstante, und das mal 1 über Nf² minus 1 über Ni². Zf ist die sogenannte Kernleidungszahl des Atoms, eine bekannte Größe der Aufgabe. Nf und Ni sind ganze Zahlen, sogenannte Quantenzahlen, die die Niveaus der Reihe nach in diesem Energieschema nach dieser Hierarchie nummerieren. Ni steht für Anfang-Niveau und Nf steht für End-Niveau. Durch Probieren können wir die Nummerierung der Niveaus aussuchen oder eruieren, die den oben berechneten Photonen-Energien des Emissionsspektrums vom Kupfer entsprechen. Und wir finden durch Probieren folgende Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man den Übergang zwischen angeregten Zustand 2 bis im Grundzustand 1 betrachtet, das soll eine Energie des emittierten Photons geben, nach dieser Formel, Planche-Konstante mal Kernleidungszahl in Quadrat, mal die Ritbergsche Konstante, mal jetzt 1 über 1 im Quadrat, minus 1 über 2 im Quadrat. Und dies entspricht der Energie des Photons verknüpft mit der Wellenlänge Lambda 2. Durch Probieren sehen wir auch, dass der Übergang zwischen Niveau 3 im Grundzustand führt zu einem emittierten Photon mit folgender Energie, Planche-Konstante mal Kernleidungszahl in Quadrat, mal Ritbergsche Konstante, mal 1 über 1 im Quadrat, minus 1 über 3 im Quadrat. Und dies entspricht der Energie des Photons verknüpft mit der Wellenlänge Lambda 1 aus dem Emissionsspektrum von Kupfer. Frage B Man fragt hier, aus welchem Niveau und somit mit welcher Wellenlänge des emittierten Photons findet der nächste Übergang im Grundzustand statt. Nochmals, sei N gleich 1 mit dem Grundzustand identifiziert, der nächste Übergang im Grundzustand ist aus dem Niveau 4. Und wir können sofort schreiben, ähnlich wie vorher, dass die dazu gehörende Energie des emittierten Photons ist dann Planche-Konstante mal Lichtgeschwindigkeit, geteilt durch die gesuchte Wellenlänge, das muss gleich sein, Planche-Konstante mal Kernladungszahl im Quadrat mal die Ritbergsche Konstante, jetzt mal 1 durch 1 im Quadrat, minus 1 durch 4 im Quadrat. Und man kann jetzt diese Gleichung nach Lambda, also nach dieser Wellenlänge lösen und kriegt man als Lambda einen Wert von ca. 1,3 Engstrom. Bei dieser Frage möchte man eruieren, wie groß ist tatsächlich die Austrittsarbeit von Kupfer. Man kennt die Beschleunigungsspannung UB der Röntgenröhre. Elektronen in dieser experimentellen Anordnung werden tatsächlich beschleunigt zwischen Kathode und Anode, wobei für Anode haben wir jetzt eine Kupferplatte beschleunigt durch diese Spannung UB. Und beim Zusammenprallen mit der Kupferplatte entstehen Photonen. Und aus solchen emittierten Photonen besteht eigentlich das Emissionsspektrum der Materie, in diesem Fall Kupfer. Wir müssen hier die Formel der Bremsstrahlung aus der Vorlesung verwenden. Es handelt sich um eine Art inversen Fotoeffekt, wie wir in der Vorlesung gesehen haben. Das heißt, die Erklärung der sogenannten Bremsstrahlung erfolgt via der Gleichung für die Erklärung des Fotoeffektes, aber betrachtet aus einer umgekehrten Perspektive. Und hier können wir diese Information zur minimale Grenzwellenlänge berücksichtigen, weil bei dieser Grenzwellenlänge wird die gesamte Energie, das heißt kinetische Energie der beschleunigten Elektronen, plus die frei werdende Austrittsarbeit, nennen wir dies V der Kupferplatte, eines eintreffenden Elektrons auf ein Photon übertragen. Die Energieerhaltung führt dann zur Gleichung, dass die kinetische Energie der beschleunigten Elektronen plus eben diese Austrittsarbeit der Kupferplatte ist gleich der Energie des Photons verknüpft mit dieser minimale sogenannten Grenzwellenlänge. Das heißt, Planche konstant mal Lichtgeschwindigkeit geteilt durch diese minimale Wellenlänge. Wir können jetzt diese Gleichung nach der Austrittsarbeit V lösen. Das ist eben dann gleich h mal c geteilt durch diese minimale Wellenlänge. Das ist eine andere Darstellung der Energie des Photons verknüpft mit dieser Wellenlänge minus diese kinetische Energie. Aber wir wissen auch, wie sich diese kinetische Energie darstellen lässt. Also diese Gleichung ist einfach Planche konstante mal diese maximale Frequenz minus e mal ub, das heißt die Elementarladung des Elektrons, die Elektronen sind die Teilchen, die hier beschleunigt werden, mal diese Beschleunigungsspannung, nämlich die Potentialdifferenz zwischen Kathode und Anoder, sprich Kupferplatte, wo eben die Elektronen tatsächlich beschleunigt werden. Und dann aus dieser Gleichung mit den numerischen Angaben der Aufgabe kann man die Austrittsarbeit tatsächlich berechnen. Man sollte einen Wert von ca. 5 Elektronvolt bekommen. Mit dieser Aufgabe konnten wir uns mit dem Boschen-Modell auseinandersetzen, das in der Physik sehr erfolgreich war und einen weiteren Schritt zur vollen quantenmechanischen Darstellung der Materie bedeutet hat. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.